Schau mal, Lukas, ein Eichhörnchen. Nein, Lotta, das ist gar nicht möglich. Und wieso nicht? Na, weil Eichhörnchen jetzt im Winterschlaf sind. Aber ich hab's doch ganz deutlich gesehen. Ha, du bist wohl auch im Winterschlaf. Man hat das nur geträumt, he? Also, ich bin mir nicht sicher, ob die Eichhörnchen wirklich den ganzen Winter verschlafen. Das Leben hat es auf jeden Fall nicht gemacht. Aber du weißt doch, dass ich der Klügere von uns beiden bin. Also hab ich recht. Ihr da, könnt ihr uns sagen, machen Eichhörnchen einen Winterschlaf? Ja oder nein? Und da, könnt ihr uns sagen, machen Eichhörnchen. Ja, ich bin mir nicht sicher, haben den Kopf back. Ich bin mir nicht sicher, dass ich nicht so verlebt habe. Ich bin mir nicht sicher, wenn ich nicht so verlebt habe. Ich bin mir nicht sicher, dass ich nicht so verlebt habe. Untertitelung des ZDF, 2020